Das Heute-Journal-Update mit Gundula Gause. Guten Abend. Einen Riesenwirbel hat der CDU-Politiker Thorsten Frey ausgelöst mit seinem Vorstoß für einen Systemwechsel in der Asylpolitik. Das Individualrecht auf Asyl solle eingeschränkt werden, so der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion. Stattdessen solle mit Kontingenten die Aufnahme von Flüchtlingen geregelt werden. Etwa 300.000 bis 400.000 Schutzbedürftige sollten aufgenommen und innerhalb von Europa verteilt werden. Das bisherige Asylrecht treffe eine zutiefst inhumane Auswahl. Nur die starken, junge Männer würden profitieren. Faktisch ausgeschlossen seien Alte und Schwache. Trotzdem, die Reaktionen sind ablehnend. Nicole Diekmann. Die aus der Opposition heraus wohl auch keine Chance auf eine Mehrheit im Bundestag für diesen Vorstoß hätte. Der UN-Sicherheitsrat hat sich zum ersten Mal mit künstlicher Intelligenz befasst. Dabei warnte UN-Generalsekretär Guterres erneut vor den Gefahren und forderte eine Regulierungsbehörde. Darüber sprechen wir gleich mit einem Experten. Zuvor berichtet aus London Hilke Petersen über diese neue Welt, die uns alle schon erfasst hat und die in ihrer neuesten Form den UN-Generalsekretär beeindruckt, wie er sagt, und schockt. Es sind viele Fragen, auch moralischer Dimension, zu Kontrolle und sinnvoller Nutzung, zu Chancen und Risiken. Das Gespräch haben wir am Abend geführt. Die Pflege im Heim wird immer teurer. Im ersten Jahr müssen Pflegebedürftige derzeit fast 2.550 Euro im Monat zuzahlen. Rund 350 Euro mehr als vor einem Jahr. Gründe sind nach Angaben des Verbandes der Ersatzkassen höhere Löhne für die dringend benötigten Pflegekräfte und gestiegene Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Weitere Nachrichten jetzt in Kürze im Überblick. Die Situation von Frauen im Iran verschlechtert sich erneut dramatisch. Das Regime in Teheran setzt die Sittenpolizei wieder ein. Offenbar fürchtet es neue Unruhen vor dem Jahrestag des Todes von Massa Amini in Polizeigewahrsam. Die junge Frau soll ihr Kopftuch falsch getragen haben. Damals ging das Regime radikal gegen die Protestwelle im Land vor. Und jetzt verschärft sie wieder Gesetze und das Vorgehen. Die modernen, mutigen Frauen im Iran aber wollen sich nicht einschüchtern lassen, wollen ihre Freiheit selbstbestimmt leben. Frau, Leben, Freiheit bleibt ihr Slogan. Sie haben keine Angst vor Repressionen, die allerdings wieder grausamer Realität sind. Südeuropa leidet weiter unter einer Hitzewelle mit zum Beispiel knapp 45 Grad in Andalusien. Hierzulande bleibt das Sommerwetter vergleichsweise normal. Im Namen des ganzen Teams danke für Ihr Interesse. Morgen erwartet Sie Christopher Wehrmann zum Update. Wir wünschen eine angenehme Nacht. Deine ist die immer noch am Arbeiten. Dann wiedergüttetet. イ